Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles in Ordnung kommen Mein Führer Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter Das war ein Befehl Der Angriff Steiner, das war ein Befehl Wer sind Sie? Das hier ist Magen, Sie meinen Befehl zu widersetzen Oh, meint ich das einfach genau Das will ich Deiner hat mich belogen Deiner hat mich belogen, sogar die OSS Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen Nichts als Feiglinge, verreitern, Versager Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes Sie ist ohne Ehre Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält Jahrelang hat das Militärmolle Aktionen nur behindert Es hat mit jedem nur assistive Widerstand in den Weg geleckt Ich hatte gut daran getan Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen Wie Stalin Ich war nie auf einer Akademie Und doch habe ich allein Allein auf mich gestellt Ganze Robber erobert Verratter Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke Aber alle dieser Verräter werden bezahlen Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch Meine Befehle sind in den Wind gesprachen Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen Es ist aus Der Krieg ist verloren Aber wenn Sie, meine Herren, glauben Dass ich deswegen Berlin verlasse Irren Sie sich gewaltig Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf Tun Sie, was Sie wollen I'm her Gloia Magi Ja Mi GmbH Fluss Es ist